Ab Samstag, den 7. Dezember 2019, fuhr die 351097 als Ersatz für die 011075 von Bielefeld zum Kölner Weihnachtsmarkt. Die 351097 der Interessengemeinschaft 583047 Glaubhau ist eine Personenzugdampflok aus dem Jahre 1959. Bedingt durch das große Interesse am Kölner Weihnachtsmarkt war es leider nur kurzmöglich einen ungetrübten Blick auf die 351097 zu werfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020